Trump nach Niederlage, so enttäuscht, über Supreme Court Im Kampf gegen seine Wahlniederlage hat US-Präsident Donald Trump nach seinem Rückschlag vor dem Supreme Court scharfe Kritik am obersten Gericht der USA geäußert. Das ist ein großer und skandalöser Justizirrtum. Das Volk der Vereinigten Staaten wurde betrogen und unser Land blamiert, schrieb Trump auf Twitter. Dem Sender Fox News sagte der Präsident am Samstag, er sei, so enttäuscht, vom obersten Gericht der USA. Copyright Warenzeichen AP Andrew Harnik hat schwierige Wochen hinter sich, US-Präsident Donald Trump Quelle, AP Andrew Harnik. Der amtierende Präsident behauptete auf Twitter erneut, er habe die Wahl nicht verloren, sondern mit einem Erdrutschsieg gewonnen. Das entbehrt jeder Grundlage. Der gewählte Präsident Joe Biden, ein Demokrat, soll am 20. Januar vereidigt werden. Trump sieht sich durch Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht. Weder er noch seine Anwälte haben dafür aber überzeugende Beweise vorgelegt. Das oberste Gericht hatte am Freitag eine Klage des Bundesstaats Texas gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl abgewiesen. Der republikanische Justizminister von Texas, Ken Paxton, wollte damit Bidens Sieg in den Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Wisconsin und Michigan kippen. Das oberste Gericht teilte mit, Texas habe nicht dargelegt, warum der Bundesstaat ein berechtigtes Interesse daran haben sollte, wie andere Staaten ihre Wahlen abhalten. Der Supreme Court hat uns wirklich im Stich gelassen. Keine Weisheit, kein Mut, schrieb Trump. Er kündigte an, sich weiter gegen seine Niederlage zu wehren. Wir haben gerade erst angefangen zu kämpfen, schrieb Trump in Großbuchstaben. Twitter versah mehrere Tweets des Präsidenten mit Warnhinweisen, wonach die von ihm behauptete Manipulation bei der Wahl umstritten ist. Trump griff auch die republikanischen Gouverneure der Bundesstaaten Georgia und Arizona, Brian Kemp und Doug Ducey, an. Sie hatten sich Trumps Bestrebungen widersetzt, gegen Bidens Sieg in ihren Bundesstaaten vorzugehen. Trump schrieb am Samstag, sie haben zugelassen, dass Staaten, die ich mühelos gewonnen habe, gestohlen werden. Vergessen Sie das nie, wählen Sie sie aus dem Amt. Kritik äußerte Trump auch an Justizminister William Barr. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass Barr bereits seit dem Frühjahr von Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter Biden gewusst habe. Barr habe diese Ermittlungen aber aus dem Wahlkampf heraushalten wollen. Trump rettwetete eine Twitter-Nachricht, in der Barrs Entlassung gefordert wurde, sollte der Bericht zutreffen. Der Präsident schrieb dazu, eine große Enttäuschung. Der Klage aus Texas waren keine realistischen Chancen eingeräumt worden. Das gleiche gilt für Trumps anhaltende Bemühungen, das Ergebnis doch noch zu kippen. Das Tramplager hat bislang mehr als 50 juristische Niederlagen kassiert, lässt von dem Kampf aber dennoch nicht ab. In keinem einzigen Bundesstaat konnten die Befürworter des Präsidenten das Ergebnis der Wahl vom 3. November ändern. Der Supreme Court hatte erst am vergangenen Dienstag einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurückgewiesen, mit der das Tramplager das Wahlergebnis in Pennsylvania kippen wollte. Kritiker sehen hinter Trumps Weigerung, seine Niederlage anzuerkennen, den Versuch, weiter Spenden von Unterstützern einzusammeln. Trump hatte den Einstieg in das von Texas angestrebte Verfahren beantragt und unter anderem argumentiert, er müsse gar nicht nachweisen, dass es Betrug gegeben habe. Es sei nur notwendig, aufzuzeigen, dass das Verfahren von Vorgaben örtlicher Parlamente abgewichen sei. Zudem behaupten die Anwälte des Tramplagers, dass durch die angeblichen Unregelmäßigkeiten in einzelnen Bundesstaaten Belege für den Betrug vernichtet worden seien, sodass dieser gar nicht mehr nachweisbar sei. Paxton hatte in seiner Klage beim Supreme Court behauptet, dass dort im Zuge der Wahl die Verfassung verletzt worden sei. Deswegen dürften die dortigen Ergebnisse nicht berücksichtigt werden. Außer Trump hatten sich hinter Paxtons Klage republikanische Justizminister von 17 Bundesstaaten sowie 126 republikanische Abgeordnete aus dem US-Repräsentantenhaus gestellt. Dagegen argumentierten 22 andere Bundesstaaten und US-Territorien. Die verklagten Bundesstaaten wiesen den Vorstoß als Missbrauch des Rechtssystems zurück. Die zuständigen US-Behörden hatten die Wahl zur sichersten jemals in den USA erklärt. Zuletzt hatte auch Justizminister Barr gesagt, dass es keine Beweise für Betrug in einem Ausmaß gegeben habe, der das Ergebniswahl verändern könnte. Alle 50 Bundesstaaten und der Hauptstadtbezirk Washington haben ihre Ergebnisse zertifiziert. Die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten sind der Schlüssel zum Sieg bei der Präsidentenwahl. Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von 538 Wahlleuten, die normalerweise gemäß dem Ergebnis in ihren jeweiligen Bundesstaaten abstimmen. Für den Sieg sind 270 Stimmen erforderlich. Biden brachte nach den Ergebnissen 306 Wahlleute hinter sich. Die Stimmabgabe der Wahlleute in den Bundesstaaten ist für Montag angesetzt. Am 6. Januar soll das Ergebnis im Kongress in Washington offiziell verlesen werden. Trump hatte nach dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Innsberg im September Druck gemacht, den Sitz am Supreme Court noch vor der Wahl am obersten Gericht schnell mit der konservativen Juristin Amy Connybal zu besetzen. Er verwies dabei auch ausdrücklich auf möglichen Streit um den Wahlausgang. Die Konservativen dominieren im Gericht nun mit einer Mehrheit von 6 zu 3 Stimmen. Allerdings wurden die bisherigen Klagen des Tramplagers von Richtern unabhängig davon abgewiesen, ob sie von demokratischen oder republikanischen Präsidenten nominiert worden waren. Unterstützer Trumps demonstrierten am Samstag in Washington erneut gegen das Wahlergebnis. US-Medien berichteten, mehrere tausend Demonstranten hätten sich im Zentrum der amerikanischen Hauptstadt versammelt gehabt. Bereits vor knapp einem Monat hatten tausende Demonstranten in Washington für Trump demonstriert. Was er so disappointed with the Supreme Court after defeat? US-Präsident Donald Trump has drawn sharp criticism from the U.S. Supreme Court in the fight against his electoral defeat following his setback in the Supreme Court. This is a big and scandalous miscarriage of justice. The people of the United States have been deceived and our country has been shamed, Trump wrote on Twitter. The president told Fox News on Saturday that he was so disappointed by the U.S. Supreme Court. Copyright AP slash Andrew Harnick has had difficult weeks, US President Donald Trump source, AP slash Andrew Harnick. The incumbent president again claimed on Twitter that he had not lost the election, but won with a landslide victory. There is no basis for this. President-elect Joe Biden, a Democrat, is scheduled to be sworn in on January 20th. Trump is fighting his way through voter fraud. However, neither he nor his lawyers have provided convincing evidence for this. The Supreme Court on Friday dismissed a Texas state lawsuit against the outcome of the presidential election. Texas Republican Attorney General Ken Paxton sought to overturn Biden's victory in Pennsylvania, Georgia, Wisconsin and Michigan. The Supreme Court said Texas has not explained why the state should have a legitimate interest in how other states hold their elections. The Supreme Court really let us down. No wisdom, no courage, Trump wrote. He announced that he would continue to fight back against his defeat. We've just started fighting, Trump wrote in capital letters. Twitter tweeted several of the president's tweets warning that the manipulation, he claimed, was controversial in the election. Trump also attacked Republican governors of Georgia and Arizona, Brian Kemp and Doug Ducey. They had resisted Trump's efforts to counter Biden's victory in their states. Trump wrote Saturday, they have allowed states I won effortlessly to be stolen. Never forget that, choose them from office. Trump also criticized Attorney General William Barr. The Wall Street Journal reported that Barr had known about investigations into Joe Biden's son, Hunter Biden, since the spring. Barr, however, wanted to keep the investigation out of the campaign. Trump retweeted a Twitter message calling for Barr's dismissal if the report was true. The president wrote, a great disappointment. The lawsuit from Texas had not been given any realistic chances. The same goes for Trump's ongoing efforts to overturn the result. The Trump camp has racked up more than 50 legal defeats so far, but is not letting up on the fight. The Supreme Court had only last Tuesday rejected a request for an injunction seeking to overturn the election result in Pennsylvania. Critics see Trump's refusal to acknowledge his defeat as an attempt to continue collecting donations from supporters. Trump had requested entry into the Texas lawsuit, arguing, among other things, that he did not have to prove that there had been fraud. It was only necessary to show that the procedure had deviated from the requirements of local parliaments. In addition, the Trump camp's lawyers claim that the alleged irregularities in individual states have destroyed evidence of the fraud, so that it is no longer detectable. Paxton had argued in his Supreme Court case that the Constitution had been violated during the election. Therefore, the results there should not be taken into account. In addition to Trump, Republican attorneys general of 17 states and 126 Republican members of the U.S. House of Representatives had backed Paxton's lawsuit. Twenty-two other states and U.S. territories argued against this. The suit states dismissed the move as an abuse of the legal system. The relevant U.S. authorities had declared the election the safest ever in the U.S. Most recently, Justice Barr had also said there had been no evidence of fraud on a scale that could change the outcome of the election. All 50 states and the Washington metropolitan area have certified their results. The results from each state are the key to winning the presidential election. The U.S. president is not directly elected by the people, but by 538 voters, who normally vote according to the result in their respective states. The victory requires 270 votes. Biden trailed 306 voters after the results. Voters in the states are scheduled to vote Monday. The result is to be officially read out in Congress in Washington on January 6th. Trump had been pushing for the Supreme Court seat, with conservative lawyer Amy Coney Barrett, before the Supreme Court election in September, following the death of liberal Justice Ruth Bader Ginsburg. He also made explicit reference to possible disputes over the outcome of the election. The conservatives now dominate the court by a 6-3 majority. However, the Trump camp's previous lawsuits have been dismissed by judges regardless of whether they were nominated by Democratic or Republican presidents. Trump supporters demonstrated again against the election result in Washington on Saturday. U.S. media reported that several thousand demonstrators had gathered in the center of the American capital. Less than a month ago, thousands of demonstrators demonstrated in Washington for Trump.